Servus Jungs, hier ist der Bao. Willkommen zu einem neuen Fussballsnack. Heute werde ich euch den Übersteiger zeigen. Der funktioniert so. Ihr stellt sich vor den Ball, nehmt als Linksfüßler zum Beispiel das linke Bein, zieht es über den Ball rüber, steigt es rüber und nehmt den Ball mit dem rechten Bein mit. Als Rechtsfüßler geht es wieder vom Ball, zieht das rechte Bein über den Ball, steigt es nach und nehmt den Ball mit dem linken Fuß mit. Das Ganze jetzt noch mal ein bisschen schneller. Also, rechter Fuß, zack, zack. Linker Fuß, zack, zack. Passt, das war's. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal und bleibt drunter. Das Ganze wieder. Das Ganze wieder. Ja. Ich mache dich. Jetzt Kurzer. Bein. Untertitelung des ZDF, 2020